ja ich bin nicht das erste mal hier und es ist immer wieder überwältigend dass wir schätze hier im haus zu sehen sind und zwar schätze nicht nur materiell sondern eben halt vor allen dingen künstlerische werke und das nebeneinander hier im haus ist einzigartig und das was mir am allermeisten immer wieder gefällt dass ich habe gerade gesagt ich bin das zweite mal da dass man immer wieder was ganz ganz neues entdecken kann und auch einen neuen blickwinkel auf dinge bekommt die man vielleicht beim letzten mal gar nicht hatte und wir hatten das beispiel dass ein fernseher mit einer führung lief und auch daraus ergab sich wieder eine völlig neue perspektive einen neuen blickwinkel auf das was es hier im haus zu sehen also ich kann nur sagen kommen sie vorbei und 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 Untertitelung des ZDF, 2020